Mein Name ist Werner Theiner, ich bin der Organisator von der Nacht der Netze, die heute in P1 stattfindet. Wunderbare Location, da freue ich mich immer wieder drüber. Die Nacht der Netze, was ist das? Vielleicht mal kurz zu mir auch erklärt. Werner Theiner, ich bin der Inhaber der WZN, das ist eine Business Networking Plattform, eine der größten in Deutschland mit über 30.000 Mitgliedern. Wir machen Events, Veranstaltungen, führen Menschen zusammen zum Networking, zum Smart Networking. Hier die Nacht der Netze, das ist ein Public Bestandteil sozusagen, wo wir die breite Masse ansprechen wollen und viele Leute einladen, sich zum Austauschen mit führenden Fachkräften aus der IT-Landschaft. Also Schlagwort Bring Your Own Device oder Schlagwort Internet der Dinge, das ja zur Zeit überall rumgeistert. Das wollen wir einfach, diese Thematik den Leuten näher bringen und einfach mal aufzeigen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt oder welche Stolpersteine gibt es. So wie heute Nacht der Netze haben wir das Thema Security, wo wir einfach mal die Stolpersteine aufzeigen. Ganz wichtig ist, dass man hier sehr, sehr viele Leute auf engen Raum schnell kennenlernt, weil wir dafür sorgen, dass ihr euch alle untereinander vernetzt sozusagen. Dementsprechend ist es auch hochspannend, neue Ansichten mal zu gewinnen von absoluten Koryphäen aus der Branche. Geschäftsführer, Vorstände, die hier auf unserer Bühne ihr Wissen gerne weitergeben. Mein Name ist Nathaniel und wir sehen uns auf der nächsten Nacht der Netze. Wann und wo, das seht ihr hier unten in der Infobox. Ich freue mich auf euch. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Ihr wisst, wir zeigen euch München, wie ihr es noch nie gesehen habt. Folgt mir einfach, indem ihr kostenlos auf Abonnieren klickt und natürlich auch bei Instagram, Facebook und Twitter.